ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Beim letzten Mal waren zwar bei der Burg jetzt kann man ja wenigstens weitermachen da freue ich mich dass es endlich auch dazu kommt endlich mal mit einem weiteren Part zu machen ok ich glaube es sind jetzt andere Karten aber bin da jetzt nicht sicher was jetzt bei den letzten Parts da waren aber naja mal schauen hier ist ein stern könnte der andere sein ok scheiße man hat ja immer nur zwei versuche überlegen 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 schade schade aber dann gehen wir mal hier mal wieder unser glück versuchen auch wenn es nichts bringt aber egal beim emulator ist das noch schwieriger weil ich habe das originalspiel gezeigt geht das auch originalspiel aber auf dem emulator 11 11 11 11 11 zu spät fragt dann da kann ich da kann ich auch sein lassen ich wollte meine methode machen hier also dass er im rhythmus voll verkackt das war unnötig aber wir gehen noch nicht in level fünf machen erst mal eine truhe öffnen und jetzt ganz bewusst irgendeinen auf cool aber jetzt kommen wir ja endlich weitermachen und hoffentlich bricht die aufnahme ab sonst darf ich das noch mal machen das wäre so unfair das wäre so wirklich unfair deswegen gucke ich immer bei diesen transparenten kreis nein dieser scheiß fisch wisst ihr noch letzten part nein ich will dabei keine erinnerung das war mir da zu blöd ich habe danach auch wirklich auch pause gemacht weil das damit das war so heftig aber naja ist ja auch egal wir machen wenigstens mit einem weiteren part und vielleicht diesmal nur mit einem kurzeren part weil ich weiß es jetzt nicht bitte gehen nicht sterben warte mal bitte geh nicht sterben war das wort richtiges deutsch das war so klar das war so klar dass mich diese scheiße treffen muss mann nutzt man einfach diesen verkackten froschanzug also wundert euch nicht warum dieser part jetzt nicht so ganz flüssig ist weil ich habe das jetzt mit 30 fps aufgenommen mal schauen ob das jetzt auch mehr oder weniger gut rüberkommen weil 60 fps ja cool schön und gut aber ich weiß nicht ob das hier was bringt 60 fps zu machen weil so flüssig waren diese gameboy spiele auch nicht schwimm mal erleben mach schnell ich will aber schon so weit kommen gleich kommt er ja wieder glaube ich nicht aber gleich bestimmt ist so chillig wie hier in dem pinguinenanzug das ist so nice ich bin ein froschland schuggerl ist geil aber nur halt unter wasser weil während des dings bringt das nicht weil dürfte man dann so scheiße das kacke weil wenn man sprinten will bei bei hallo bis morgen nix ja da war eine strömung oder was oder war ich wieder zu doof ich glaube ich war wieder zu doof aber egal wir haben die level bestanden oder so nein ja 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 okay wir haben es bestanden wie gesagt vielleicht wird es ein kurzer part und ich habe euch wieder zwei themen vorbereitet sag ich mal und zwar thema nummer 1 was haltet ihr davon ein 30 abo special zu machen also ich würde es machen aber ich gebe euch wieder die chance dazu beziehungsweise ich werde wieder euch fragen was sie sehen wollt aber wenn es geht hier von irgendwelchen spielen die ich hier auf dem emulator machen kann und so oder irgendwelche apps und so also also nur sowas wenn es geht weil andere spiele andere spiele kann ich sonst nicht nach okay tief durchatmen okay weiter also ich werde jetzt nicht extra ausrasten weil das mit einfach nur zu blöd ist und so pilz 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 sind scheiß geworden Ach, ähm, nicht vom Thema abweichen. Man, die Musik. Wow, das war knapp. Ähm, ja, was ihr halt sehen wollt, wenn ihr wollt, könnt ihr mal wieder irgendwo abstimmen. Na okay, wobei das aber etwas bringt, weil 31 Abonnenten bringt das nicht besonders viel. Ich habe es trotzdem noch geschafft. Nein, das war so dumm, nein, mein Scheiße, ach man, das war so unnötig, mal wieder von mir, ey. Ach man, oh fuck man, ich muss von dir eigentlich entspannen. Shit man, und was noch wäre, habe ich das jetzt vergessen oder, oder? So, 33 FPS und so, das habe ich ja gerade eben gesagt. Weil so schlimm, mir würde das eigentlich ja nicht aussehen, weil ich habe hier Testaufnahmen gemacht, aber so, wo das ist mit 30 FPS und sprechen, da war das jetzt nicht so übertrieben. Jetzt mache ich das vielleicht dann auch mit Mario Kart Super Circuit. Aber wenn man das sehen kann, dass übelst mit 60 FPS aufgenommen ist und so. Na ja, jedenfalls, ähm, dann wollte ich noch sagen, weil ich jetzt so einen Ferienjob dann ab Montag vielleicht eventuell mache, deswegen, ähm, bin ich die ganze Woche, sag ich mal, nicht da. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das dann nur für die Woche ist. Oder ich gehe mal trotzdem noch da oben hin, aber trotzdem habe ich es noch geschafft. Okay, das war knapp. Ah, Goddammit, oh ja. Wuhu! Dö, 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 und da rein, dann geht es gleich ich zum Ziel. Wir haben es geschafft, oh Mann, wir haben es geschafft. Dum, 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 dum. Ähm, naja, jedenfalls, um mal wirklich mal zum Punkt zu kommen, damit euch nicht langweilig wird, es werden unregelmäßige Videos kommen, sprich, oder so, weil wenn ich für eine Woche arbeite und dann da nicht Zeit habe, erstens werden die Videos übel spielt, kommen oder fast gar nicht. Und dann, würde ich sagen, finde ich es besser, wenn die Wochenende kommen würden, weil es kann vielleicht sein, ach, scheiß, scheiß auf den Treffer, dass ich hier jetzt so eine Art Wochenarbeit habe, vielleicht Montage oder so, wenn das einer nicht kennt, ähm, mache ich jetzt kurz das Erklären, ich bin tot. Mir egal, wie sie mir jetzt auch auf dem Oper, mir egal, ich riege mich jetzt nicht ab, ich riege einfach weiter, wie jetzt gerade. Ähm, Montage ist halt hier, dass man halt für eine Woche zum Beispiel komplett weg und ist man auch für eine Unterkunft, also man arbeitet jetzt zum Beispiel eine ganze Woche lang, ist jetzt nur ein Wochenende, sage ich jetzt mal zu Hause und so. Ähm, das war jetzt kurz erklärt, deswegen fange ich jetzt erstmal an weiterzureden. Naja, jedenfalls, äh, es werden unregelmäßig jetzt wiederes kommen, sprich, wenn ich es schaffe, ein Video pro Woche wenigstens rauszubringen. Und, ja, hoffe, dass ihr trotzdem dann weiter dranbleibt, beziehungsweise nicht deabonniert, wenn das jetzt hier nichts was mit den Videos und so. Weil, kann ja sein, dass irgendwelche hier Leute von euch deabonnieren, wenn keine Videos kommen. Das ist eine sehr lange Zeit. Deswegen, ich will eigentlich nichts zu riskieren, weil ich hab schon gedacht, ja, mach ich's oder mach ich's nicht. Äh, da, darüber... Wow, das war knapp! Wird ich jetzt meinen Channel, sag ich, jetzt mal gefährden, da. Da könnte ich jetzt nicht jeden Dienstag... Wow, 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 wow. Jeden... was was? Jeden Dienstag und Donnerstag Video rausbringen. Das wäre nämlich ziemlich schade. Oder ich riskiere es und mache dafür halt Wochenende. Entweder ein, ein, ach man. Entweder einmal in der Woche ein Video rausbringen. Was war denn das für eine Scheiße? Entweder einmal pro Woche, sprich ein Wochenende, ein Video rausbringen. Oder halt zwei Videos rausbringen. Also Samstag und Sonntag. Also Samstag ein Video, sondern ein Video. Weiß ich dann nicht, ob ich das trotzdem schaffen werde. Das ist halt ein bisschen, naja, ich weiß ja nicht, weil... Wird ein bisschen schwierig, aber ich kann es versuchen. Entweder mache ich zwei Videos in der Woche, also sprich Samstag eins und Sonntag eins. Oder mache nur in den gesamten Wochenenden, also in den zwei Tagen, nur ein einziges Video. Das wüsste ich jetzt nicht so genau. Aber ich könnte es versuchen. Ich bin mir, wie gesagt, nicht so richtig sicher. Mal schauen, ob ich das dann irgendwie hinbekomme. Genauso, wenn ich mal irgendwann diesen Scheiß-Level hinbekomme. Alter, was ist das für ein Müll? Was ist das für jetzt? Kein Kommentar. Mann, ich will eigentlich kein... ...weil das Item mehr benutzen. Das ist zu wenig, aber ich brauche Items, sonst sterbe ich immer zu oft. Das ist scheiße. Geh sterben. Na okay, geh doch nicht sterben. Diesmal warte ich. Diesmal könnt ihr mich mal hier... ...gib euch einen Feuerball ins Face. Wow, wow, wow. Geh weg, geh weg, geh weg. Du dumme Kugel. Ist hier was? Ja, genau, trifft mich instant. War ja nicht instant. Es war ja nicht ein Treffer, dann tot. Zwei, ja. Danach. Ach, ist auch egal. Ist ja auch egal. Beeil dich mal bitte. Okay, hier checken. Da ist nix, hier ist nix. Das ist grad übelst. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Geht einfach alle weg, geht sterben. Okay, das war Glück. Okay. Ich seh ja, 13 Minuten. Dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle. Achso, hier geht dann noch weiter. Das ist ja Burg, zweite Burg und so. Jetzt kann ich da nicht durch. Nein. Ich will aber nicht schon zur Burg. Jetzt werde ich erst gar schon verfasst gezogen, da reinzugehen. Und hier machen wir noch schnell, gehen wir noch schnell ins Bildhaus. Zelt haben wir da, auf jeden Fall noch. Wir machen das eh schnell und kriegen eine Feuerblume. Und das ist nice. Very nice. Wär jetzt sicher, die Klappen auf. Das wäre ja ziemlich behindert, wenn das wirklich so wäre. Aber es scheint so, dass wir unbedingt in die Burg müssen. Weil wenn hier die Klappe so auf ist und nicht zu, dann müssen wir gezwungenermaßen leider dann im nächsten Part die Burg machen. Mendo, ey. Eigentlich wollte ich wirklich nur so nach der Reihenfolge gehen. Okay, das ist jetzt wirklich scheiße. Aber naja, ist euch egal. Das war's für heute. Mit dem Part Super Mario Bros. 3. Und dann würde ich auch sagen, Timo. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020